Samstag, 23 Uhr am Yum-Club, dem Hotspot der Augsburger Innenstadt. Treffpunkt für die Nachtschwärmer. Heute ist die Hölle los, denn der beliebte Party-Tempel feiert Jubiläum. So, wir haben fit, seid ihr noch alle? Wunderbar. Die Türsteher Alexander Gruschka und Tobias Heindl nehmen jeden, der mitfeiern will, genau unter die Lupe. Also heute, ganz was ganz Besonderes, 25 Jahre Yum-Club. Was einmalig ist, gibt's nur alle 25 Jahre. Und deswegen für jeden freien Eintritt bis 1 Uhr Getränke-Specials haben wir. Alle VIP-Launchen sind ausreserviert? Komplett ausreserviert. Heute wird's bombenvoll. Also der Laden, der rockt heute richtig. Bedeutet für die Securities großer Andrang an der Tür. Trotzdem kontrollieren sie jeden Gast auf Drogen, geschmuggelte Getränke und Waffen. Wir müssen sicher gehen, dass sie nichts dabei haben. Sprich Messer oder sonst irgendwas. Manche kommen auf die Ideen, was mitzunehmen. Dürfen sie logischerweise nicht. Wenn sie es dabei haben und wir es finden, rechts runter, dürfen sie nicht rein. Rein darf, wer volljährig ist und noch nicht zu viel vorgeglüht hat. Bei diesem Mann hat Security-Chef Tobi da Bedenken. Alles okay bei dir? Sicher? Was hast du schon als Drogen? Nein, haben wir gehabt. Was? Zwei Hände Bier, bist du sicher, dass er nicht mehr war? Nein, ich bin. Du hast schon ganz klar, dass der Augen, mein Freund. Doch, ich seh's doch. Doch, ich seh's. Brauchen wir mal an. Sagen wir ehrlich, wie viel war's? Ich schätze mir mal. Und wenn jemand um diese Uhr schon so getrunken ist, also ich persönlich kann's überhaupt nicht nachvollziehen, gell? Der war wahrscheinlich zu Hause und hat keine Ahnung, was der sich schon reingebechert hat. Ganz kurz, ich möchte mich mit den Leuten mal kurz unterhalten, um den Alkoholbeweg festzustellen. Wenn du dich nicht mehr in der Lage bist, mich mit mir zu unterhalten, dann wird's auch keinen Einlass geben. Ja, das ist gut. Ah, tut mir leid, nein, kein Einlass. Ach, kein Einlass. Kein Einlass. Hier, nimm deinen Führerschein, kein Einlass. Einmal so rum, bitte rausgehen. Schönen Abend noch. Trotz seines Zustands sieht der wortkarge Partylöwe ein, dass er heute keine Chance hat. Unser netter Herr hier hat definitiv mehr getrunken als nur zwei Bier. Die Augen total glasig. Er kann's nicht mehr artikulieren. Hat er bei uns unten auch keinen Sinn. Immer mehr Partywütige strömen in den Club. Genauso schnell füllen sich Tanzfläche und Barbereich. Und von dort kommt per Funk ein Notruf. Das hab ich ja gerade gesagt. Elix, Bar fünf, Bar fünf müssen wir. Ein Gast schläft am Tresen. Klingt harmlos. Trotzdem muss es schnell gehen. Jungs, wie ist es? Wir müssen schnell durch, danke. Grundsätzlich ist es so, wir laufen, egal bei welchen Rahmen, immer mindestens zu zweit. Da geht der Eigenschutz einfach vor. Alleine ist viel zu gefährlich. Niemand weiß, was unten ist. Es kann einer sein, der schläft mit vier Kumpels, die sich dann mordsmäßig aufregen, weil der eine Schläfer raus muss. Die Securities wissen noch nicht, ob der Gast einfach nur müde ist oder an der Bar seinen Rausch ausschläft. Hey, schlafen Sie mal zu Hause. Ich bin ja auch gut durchlaufen. Danke. Einmal mitgehen, bitte. Man merkt es ja vom Gefühl her irgendwo. Kann ich den noch drin lassen oder bringe ich ihn raus? Und bei dem, was wir rausgebracht haben, da hat man es gemerkt, da war es auch der Alkohol. Den lassen wir auch nicht mehr drinnen. Es gibt andere, die sind nett, die weckt man kurz auf. Boah, ja, sorry, tut mir leid, das war es bei denen. Aber dem ging es auch nicht mehr. Zum Weiterfeiern ist der Mann jedenfalls nicht mehr in der Lage. Der Partygänger ist so betrunken, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Damit sie ihn nicht durch den kompletten Laden schleppen müssen, bringen ihn die Securities durch den Notausgang hinaus. So, ein Stück nach dem anderen. Langsam, mein Freund. Was, ne? Ja, komm. Kriegst du schon hin, du bist alt genug. Komm mit hoch, komm mit hoch. Pass auf, Mann. Du fährst um. Komm. Hey, übertreiben. So, jetzt, komm. So, stell ihn irgendwo hinterfällt um, Franz. Warte mal. Warte. Warte, der fällt um. Okay. Du bleibst hier stehen. Ja. Und rührst dich nicht. Garderobenmarke, irgendwas da? Jacke abgegeben? Ja, nein. Vielleicht. Ganz kurz, wenn wir deine Jacke holen sollen, brauchen wir deine Garderobenmarke. Gut. Pass auf, dann tun wir irgendwo hin, sonst kippt der uns um. Dann tun mir nur einen Gefallen wenigstens, setz dich da auf den Boden hin, okay? Komm. Komm, du setzt dich da hin. Wir bleiben auch immer erst mal kurz dabei, um die Leute kurz einzuschätzen, kann ich den jetzt alleine lassen oder fällt der mir um, klatscht mit dem Kopf aus von mir aus, alles schon vorgekommen. Da warten wir kurz, so wie man mit dem Sauerstoff gut klarkommt. Entweder verstärkt es das Ganze oder es verbessert das Ganze. Setz dich hin. Einfach nur hinsetzen. Frischluft. Sitz! Setz dich hin. Du kippst doch um, Mann. Setz dich. Große Orientierungsschwäche, sag ich mal. Setz dich hin. Eindeutig zu viel getrunken. Es sind auch ein paar Eingeschlafene. Barkeep hat uns auch gleich gerufen. Ja, und das war's jetzt für ihn heute Abend. Das ist das Problem, keine Freunde, niemanden ist da, gell? Ja, ja. Nun mal schauen wir uns noch nicht anstellen. Und bei ihm hast du dann gemerkt, er kommt langsam zu sich. Ich schlafe dich Frischluft, die wird ihn auch schon wieder ein bisschen munterer machen. Tschüss. Genau. Und siehe da, anscheinend hat der Sauerstoff bei ihm wirklich eine positive Wirkung. Also, wie es ausschaut, geht er jetzt nach Hause. Und er kann auch wieder normal laufen. Also manchmal tut Frischluft gut. Seine Jacke kann er ja auch am nächsten Tag abholen. Auch Gäste, die vor dem Einlass eine Rauchpause einlegen und augenscheinlich schon zu viel Intus haben, dürfen nicht mehr rein. So wie dieser Mann. Kein Einlass mehr, mein Freund. Zu viel Getrunkener. Definitiv. Aber ich hab heute Geburtstag gefeiert. Du hast heute Geburtstag gefeiert, aber es ist zu viel. Ich kann's nicht ändern. Ich will bloß noch reingehen und dann fahren wir noch einmal. Keine Chance, nein. Ich bin eh um drei Uhr hier nach Hause. Nein, nein, kein Einlass mehr. Sorry. Und schau mal, du wankst auch schon. Keine Chance, geht er hin. Aber heute? Weint ja auch. Du passt auf, es ist okay. Geburtstag feiert mal. Das ist normal. Mach ich auch. Aber ich kann's nicht mehr vertreten. Erst pass auf. Lass mich doch schnell meine Freundin holen und dann kriegen wir. Er ist doch dein Freund. Nein, er ist einfach nur ein Kumpel, der mein Ex-Freund sein lässt. Ich würde ja nicht schicken. Du fress dich auch nicht. Lass mich schnell meine Freundin holen. Lass mich schnell meine Freundin holen und dann... Nein, also pass auf. Wir können einen kleinen Deal machen. Mein Kollege kümmert sich jetzt um die zwei. Und sobald die abgehackt sind, kümmert sich um uns nicht, okay? Dann geht mein Kollege mit dir runter und dann ist die Sache extra. Definitiv zu viel Alkohol für ihn heute. Er ist noch gut ansprechbar. Er ist auch noch bei Sinnen. Aber Einlass auf gar keinen Fall mehr. Hör mal zu. Ja? Ich gehe mit dir jetzt runter. Okay. Weißt du, wo deine Freundin steht? Ja, die steht unten in der Bar hinten rechts in der Ecke. Da gehen wir jetzt hin. Okay. Du sagst Tschüss und ich bringe dich sofort wieder mit raus. Okay. Wunderbar. So. Du hast das Zeug. Wann, na? Nenn ich? Ja, ja. Ich habe gar nichts. Wenn du nicht folgst. Also pass auf. Ich bin der Gute, er ist der Böse. Ja, wenn du nicht folgst, wenn du nicht folgst, bringe ich dich raus. Also, komm mit. Alex traut dem Betrunkenen nicht. Er könnte im Club versuchen abzuhauen. Aber er gibt dem Stammgast eine Chance. Was wir jetzt machen, ist runtergehen. Für einen Stammgast, der normal nicht mehr rein darf. Seine Freundin suchen, er darf einen Busse geben und dann bringen wir ihn wieder raus. Voll cool, oder? Diese scheiß Türsteher. Hey. Finger weg. Jetzt bitte weiter. Finger weg. Finger weg. Danke. Vamonos. Vamonos. Wir sagen nur Tschüss. Wir sagen Tschüss. Reden tue ich mit ihr gerne draußen, wenn irgendwas ist. Okay? Jungs, ganz kurz. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo ist deine Freundin? Es war alles hier. Wir waren alle hier. Keiner mehr da. Leider. Offenbar gibt es gar keine Freundin. Immerhin, der Betrunkene startet auch keinen Fluchtversuch und geht jetzt. Hoffentlich friedlich. Also, keine Freundin. Keine Freundin. Jetzt hast du uns aber verarscht, mein Freund. Wenn einer Stammgast ist, heißt er natürlich, er lässt er auch ein bisschen Geld im Club. Ganz einfach. Und wenn jemand öfter zu uns kommt, kann man ein, zwei Augen zudrücken. Ist nicht gang und gäbe. Aber für heute reicht's. Wir feiern's. Wir? Wir machen weiter. Wir feiern's. Der Betrunkener scheint sehr liebesbedürftig zu sein, aber er akzeptiert die Abfuhr jetzt. Türsteher Alex ahnt noch nicht, dass die Einsicht nicht lange anhält. Türsteher Alex ahnt noch nicht.